Moin Kinders und herzlich willkommen zu Wism und zwar wieder mit der Julia und dem Lobius-LP. Hallo. Was waren jetzt kaputt? Ja, ich musste kurz in die Hand klatschen, damit ich meine Kamera synchronisieren kann. Was sagt das doch, dass du nicht bei 3.2.1 sofort anfängst? Nee, das werde ich jetzt nicht mehr. Hier steht ein Titan. Hier ist ein Titan. Ein was? Ein Titan. Was ist denn ein Titan? Ein Titan. Ein Titan, ja. Mit zwei Köpfen. Steht hier genau neben meinem Chunk. Verpiss dich. Ich hab Schiff, dass der mir jetzt hier reinrennt. Ist das irgendein Viech oder was? Der kommt mal zu mir ins Gebiet, der ist noch da. Ich komme, ich komme. Ich komme, ich bin noch nicht in der Stadt. Ich hoffe, dass ich gleich die richtige Richtung laufe. Er rennt weg. Das ist schon mal ganz gut. Hau ab. Geh in ein anderes Gebiet oder so. Nein, da kommst du wieder zurück. Creeper. Oh nein, nicht gut. Nicht gut. Geht's noch Platz? Da steht er. Lol. Ja. Ist das ein Riese, hä? Alter. Und bei dem musst du aufpassen. Der hat einen Rückstoß. Das ist der Wahnsinn. Gegen den hab ich schon mal gekämpft. Und hab verloren. Mit einer Eisenrüstung und Eisenschwert. Ich glaube, ich muss in die Richtung laufen. Okay, also komm ich mit meiner Holzsachen gar nicht erst an. Alter, Alter. Oh, ich hab den Timer vergessen. Was waren wir heute vor, alles zu machen? Oh, ich hab auch den Timer vergessen. Ganz wichtig. Magst du noch schnell, ne? Ja, ich hab ihn angemacht. So, ich muss jetzt erst mal hoffen, dass ich in die richtige Richtung laufe, weil ich bin hier von der Höhle aus gestartet. Ja, ich seh die Beacons. Alles klar, da muss ich hier lang. Ah, gut. Ah, da guck mal an. Das sind die Beacons natürlich super, ne? Weil dann weißt du wenigstens sofort, wo du hin musst. Ah, genau. Gib mir mal das Zucker vor. Genau, komm mal am besten mit. Warte, Karl. Ja, ich komm mit. Boah, läuft das bei mir instabil. Ich muss halt den Shader noch ein bisschen hier einstellen. Ach, diese Anfänger immer. So was macht man vorher, weißt du? Ja, ich hätte ja nicht gedacht, dass er so viel frisst. Schwarzpulver. 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 Geh jetzt nicht in die Luft. Au. Wow. Oh, yeah. Durch die Schwerkraft wurde er zerrissen. So, jetzt muss ich mal gucken, wo... Wo bin ich denn jetzt gespawnt? Oh, du hast noch kein Bett gehabt. Du bist beim Portal, oder? Oh, nein. Oh, doch. Wieso, Basti? Nein. Das ist jetzt ein Problem. Das ist jetzt wirklich ein Problem. Ja, ich war... Weil das hatte ich auch vorhin. Da habe ich jetzt ein ganz schönes Stück zu laufen. Ich wollte eigentlich meinen Zuschauern diese Folge mal die ganzen Regeln erklären. Ich habe nur das Problem. Ich habe sie mir jetzt nicht bereitgelegt. Das mache ich dann in der nächsten Folge. Dann erzähle ich euch mal ein bisschen, was es hier so an Regeln gibt. Ja, jetzt weiß ich bloß nicht, in welche Richtung. Ich habe ja auch die Media-Map nicht. Wollen wir uns erst mal... Ja. Ja, jetzt müsstest du... Das ist jetzt schwierig, ne? Da müsstest du nach Koordinaten laufen. Okay, dann sag mir mal kurz die Koordinaten, dann weiß ich es wenigstens. Magst du schnell Lobios machen? Weil ich bin gerade hier im Inventar. Meine Koordinaten sind... Welche waren das nochmal? X und Y oder? Äh, X und Z. X und Z. Also minus 611 und minus 180. Boah, minus 180. Das wird ein ganz schönes Stück. Ja, es ist auch ein gewaltiges Stück. Oh ja. Boah, da muss ich eindeutig jetzt... Oh, jetzt wird es auch gleich wieder dunkel. Jetzt wird es dunkel, ja. Herzlichen Glückwunsch. Oh, ich sterbe jetzt sicher gleich nochmal. Ach, reicht der erste Zoo, ey. Du hast du schon Wolle? Ähm, ich hatte Wolle. Also ich habe mit Anne vorhin die Building-Folge aufgenommen. Wir bräuchten nur zwei Betten, weil ich glaube, sobald die Mehrheit in Betten ist, wird es automatisch Nacht. Ich habe eine Wolle. Äh, Tag. Scheibenkleister. Ich habe eine Wolle nur. Ja, dann hilft es nicht. Dann muss man die Nacht überleben. Ja. Ich habe auch ein Bett bei mir. Also minus was nochmal? Also X-Achse? X ist minus 650. Ja, das kriege ich ja noch. Autsch. Ich habe jetzt schon nur noch drei Herzen. Mist. Ist nicht gut. Äh, ich habe drei Herzen verloren. Ich entschuldige mich bei meinen Zuschauern, dass ich jetzt gerade ein bisschen Lacks habe. Ich hoffe, dass ich das bis zur nächsten Folge ein bisschen einnämmen kann. Weiß nicht, was da los ist. Kannst du mein Zeug saven? Achso, also... Okay, mach ich mal schnell. Mach ich schnell. Kriege ich ihn? Da, wo der Titan explodiert ist. Äh, da, wo der Creeper... Äh, der Creeper, ja. Oh, ich habe ein Schaf gefunden. Schaf. Ich kriege das hin. Wolle ist sehr wichtig für mich unter anderem auch. Ja, nimm das mit. Ich habe auch noch ein bisschen Wolle. Habt ihr schon Schere? Nein, aber ich kippte es zur Zeit. Ich habe eine Schere. Warte, warte, warte. Ich habe eine Schere. Achso. Wo bist du denn gerade? Äh, bei meinem Gebiet. Da, ich sehe... Ja, warte. Komm mal. Dann können wir ein Bett machen. Ist das... Das gehört zu dir, das Schaf? Ja, Schere ist einfach sehr egal. Oh, immer noch. Ist nur eine Wolle? Ja, aber es stirbt. Warte, ich kümmere mich... Ich kümmere mich schnell um... Oh Gott, eine Spinne. ...die Sachen, die da lagen. Oh, das wird eine... ...epische Runde jetzt. Alleine für das wäre halt natürlich, dass der... ... der Soulbounded natürlich einmal im Freien, ne? Mit den... ...zaubern. Ja, gut, dass ich noch nichts gefarmt habe, ey. Ich habe jetzt Eisenschwertholz. Ja, was essen? Was hattest du denn nochmal anders? Äh, ich hatte... ...Steine, Steinsachen. Aber was ich alles so genau hatte, kann ich jetzt nicht sagen. Das war so eine Kiste vielleicht irgendwie. Ach, jetzt kommen schon die ersten Zombies, na super. Behalte es bei dir. Also leg nichts in die Kiste. Du darfst auf meine Kiste. Das ist ja verboten. Hau dir nicht noch einen rege Verstoß rein. Ja, das stimmt. Muss ja nicht sein. Leute, ich habe einen Fehler gemacht, wie schon angesprochen, in der dritten Folge, halt mit dem Zuckerrohr. Du machst das jetzt, was ich in Trust & Retray gemacht habe. Nein. Gleich mal ein paar Fehler machen. Ich habe... Wie viel hatte ich? 28, ne? Ja. 28, 3,4. Da hinten ist ein Regenbogenbaum. Den will ich da... Der sieht cool aus, ne? Da gibt es Goldene Äpfel, meine ich, wenn man Glück hat. Cool. Das war sehr schwer, die zu kriegen, aber... Wenn man... Oh, was bist du denn? Nein, ein Enderman. Geh weg. Geh weg, ich bin fast im Dorf. Das Ding brauchen wir dann auf alle Fälle. Nein, das brauchen wir nicht. Was war denn das? Oh Gott, ich muss hier weg. Ja, genau. Ich wollte einfach jetzt mal in der Folge ein Blutaltar bauen. Oh Gott, der steht neben mir. Hau ab, hau ab. Jetzt muss ich mal gucken, ich kenne die Rezepte alle gar nicht so aus. Mystic Enderman. Hier ist ein Haus. Das ist aber nicht unseres. Nein, es gibt hier immer wieder Bücher. Äh, äh, immer wieder Häuser. Oh Gott. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Das hat mich jetzt alles ein bisschen gerade aus dem Konzept gebracht. Aber ich habe einen Mabu-Bahn gefunden. Ich habe einen Mystic Wand. Boah, ich brauche jetzt einen Stift. Ich habe keinen Stift zur Hand. Mist. Hier ist ein Eisenherz. Ich brauche unbedingt... Ich bin, ich bin unsichtbar. Was? Ich bin unsichtbar. Cool. Der Mystic Wand hat mich unsichtbar gemacht. Guck mal, siehst du mich? Wir haben hier, wir haben hier schon das magische Wasser. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Hier ist ein Schaf, Lobius. Da hast du, nee, das ist das Gescherte. Siehst du mich? Ich bin hinter dir. Ja, ich habe dich gesehen. Ach ja, ich sehe dich ein bisschen. Minimal. Aber Mabu-Bäume sind... Guck mal, hier ist noch ein Schaf. Achtung, Creeper. Vielleicht zwei Mammutbäume sind dann da. Pass auf, stopp bitte. Ja, da hinten ist ein Schaf. Siehst du es? Ja. Wer ist eigentlich sterben? Ich? Nee, nee, nee. Julia. Warte, ich mache das. Mhm. Und zack. Ja, das hat... Du hast ja noch einen. Ach, das ist ein Schwein. Ah, es hat drei Wolle. Perfekt. Gut gewesen. Opal-Kobbelst du. Kriegen wir das hin? Was zur Hölle ist das denn? Stirb, Schaf. Stirb. Dann fällst du schon mal Richtung Bett? Ich? Ja, kann ich machen. Normalerweise müsste es nämlich jetzt funktionieren, weil... wir da dann die Mehrheit sind. Okay, ein Mystic Wand kann man nur zweimal einsetzen und jetzt ist er kaputt. Also ich bin jetzt zweimal unsichtbar geworden. Cool. Da ist es echt cool. Was mich halt ein bisschen wundert. Vielleicht mal ein bisschen was fahren, während ich zu euch komme. Also Mystic Enderman sollte man mal angreifen. Für so ein Mystic Wand wäre schon richtig cool. Ich glaube schon wieder falsch. So, ich bin bei meinem Haus. Ich liege im Bett. Na, geh rein. Geh durch die Tür. Ja, du bist ein Schwein. Jetzt bin ich gespannt. Normalerweise müsste es gehen. So, ich liege im Bett. Lauf dir ein. Steht da, dass ich schlafe? Yes. Perfekt. Perfekt. Einmal frei. Super. Das ist ein super Ding. Ist du mein Zuckerrohr? Nein. Also, ich fange jetzt mit meinem, erst mal mit meinem Arcan-Kompendium an. Das möchte ich jetzt als erstes machen. Koordinaten minus 600, noch was, ne, waren es? Ja, 15 oder so. Okay, gut, das habe ich schon. Was war die Z-Achse? Z-Achse, Moment, war minus 195. 100 Zeppel. Also, jetzt, wenn du an meine Stelle kommen möchtest. Ja, also, ich bin fast da. Ich bin nicht weit weg. Ich bin noch vielleicht. Okay, dann. Das ist super. Ich bin noch knapp 200 Blöcke entfernt, da bin ich da. Okay. Irgendwas backt bei mir gerade. Ich kann von Glück schrechen. Dann mach ich aber so schnell wie möglich ein Bett. Ja, ja. Ich mach jetzt. Ich bin auch bei mir. Warte, ich mach. Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab. Ich hab gerade Wolle gefahren, während ich zu euch gekommen bin. Okay. Aber hier sind auch überall Zäune in dem Dschungel. Warum? Ich bin aber noch gar nicht in der Nähe von euch. Doch, hier ist der Weg. Ich bin im Gebiet. Ich bin da. Super. Mensch, und ich hab's überlebt. Ich komme mir gerade irgendwie so herzlich blöd vor, irgendwie. Ey, wie geht's? Ich hab so viel studiert von dem ganzen Mod und irgendwie ist alles gerade weg. Aber wirklich alles. Also, was ich im Kopf hatte, ist alles gerade weg. Ach, da ist ja mein Haus. So, Robin, du hast mein Zeug gerettet, ne? Ja. Ich bin in meinem Haus. Du bist bei dir zu Hause? Ja, bin ich. Okay. Ja, komm am besten mal her. Dann findest du es wenigstens. Ja, ich bin unterwegs. Läufst nicht wieder vorbei. Ach, sag bloß, das Zeug ist hier ist nicht. Ich bin gleich da. Kannst du auch gleich ein bisschen Zuckerrohr abholen. Ja, zwei hab ich erst. Also, ich brauch ein bisschen mehr. So, ähm, Blutalter. Ist ja eigentlich egal, wo ich das jetzt hin platziere. Das kann ich später immer noch versetzen. Ganz am Anfang bist du, ne? Ja, ganz am Anfang. So. Entschuldigung, Leute. Ich hab ausgesehen die F4-Taste gedrückt. Jetzt hatte ich gerade die Aufnahme wieder ausgemacht. Das ist mir schon mal passiert. Deine Ofendiamanten. Und zwar in Folge 18 bei Trust and Betray, glaube ich, war das. Auch Diamanten. Wie ist das hier jetzt auf einmal? Hä? Wo ist denn dein Haus schon wieder? Ich find das nicht. Kann man das nur einmal wegpacken? Das Wasser hier? Läufst du die ganze Zeit vorbei. Hier oben. Am Weg. Hinter dir. Hinter dir. Wo läufst du hin? Ach, da. Ich dachte am Anfang. Hier wohnst du. Ist ja gleich am Anfang. Oh, ist ja viel Zuckerrohr. Ja, sicher. Brauche ich dann auch später noch alles. Geh mal hier rein. Okay, dann gib mir mal mein Zeug. Werde ich jetzt erstmal in meine Grube locken. Runter da. Los. Willst du Zuckerrohr ausgeben, Lobbius? Was? Willst du Zuckerrohr ausgeben? Also ich könnte auch welches gebrauchen. Gib mir mein Zeug. Ich weiß ja nicht alles, was du hattest. Hattest auch Steine. Ja, hau einfach was her, was du denkst, was meines war. Da war jetzt nichts Wichtiges dabei. Keine Ahnung. Leider war eine. Passt schon. Pack jetzt einfach hier Holz rein. Ist ja wurscht. Hauptsache ich bekomme hier jetzt mal ein bisschen Material. Wärst du dir? Dass ich mir hier erstmal eine Rüstung machen kann. Damit ich erstmal in die Höhlen gehen kann. Hier, warte mal. Wassi. Ja. Hast du mal hochgeguckt? Zu diesen pinken ja. Was? Das ist pink da oben. Ja, hab ich gesehen. Ja. Schick. Der leuchtende Kürbis. So, eins brauche ich noch. Ist ja jetzt gleich Halloween. Ja, ist ja nicht mehr lange hin. Ja, die Folge kommt am Montag. Und ich glaube, da ist doch dann Halloween, oder? Ist das nicht Ende Oktober? Es ist im Oktober, ja. Ende Oktober oder nicht? Ach, stimmt ja. Da war ja was. Ja. Passiert. Passiert. Nicht schlimm. Ja, und vielleicht habt ihr auch schon bemerkt, ich hab eine leicht verschnupfte Nase und so. Bin krank. Aber nichtsdestotrotz, nehm ich trotzdem für euch auf. Boah, ich bin so. Super. Auch morgen werd ich aufnehmen. Hier, Dingsbums. See you. Go. Staffel Finale. Zack. Wir haben hier nur so magisches Wasser. Wie geil ist das denn? Außer bei mir. Außer bei mir ist richtiges Wasser. Okay. Und so krieg ich die Truhe denn jetzt nicht auf. Ja, das ist genial. Habt ihr schon Fackeln? Wenn nicht, könnt ihr ja noch ein paar von mir kriegen. Ich hab ein paar, aber ich mach mir jetzt dann eh gleich nochmal welche. Ah, jetzt. Jetzt lass ich mal gucken. Wo ist denn das Towncraft und was Minecraft Konflikte? Jetzt baue ich mir erst mal ein Bett. Das gibt's doch nicht. Das Crafter Table war so. Ich hab grad das Gefühl, dass wir hier doch keine Minimap haben. Minecraft, Weiler, Damage. Also, der Herr Dalu Card hat eins. Dann hat er die vielleicht selbst noch hinzugefügt. Weil wir haben nur Weiler, Damage Indikator, Better Storage, Ars Magica. Boah, ich hab ein Bett. Towncraft. Machen wir erst mal bessere Waffen. Seltsam. Hier ist auch voll die Riesen... Ne, ist normales Wasser. Hm. Ich kann mich nicht ins Bett legen. Wieso denn das nicht? Tag. Weil nicht Nacht ist, ja. Ach, ja. Logisch. Nicht so aufgeregt sein. Ja. So. Das erste Mal wieder mit Facecam, weißt du? Machen wir das. Ach so, sie sehen dich ja jetzt. Ach so, oder bist du jetzt aufgeregt? Nö. Nö. Niemals. Niemals. Nein. 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 Jetzt, wo du ein Facecam machst. Jetzt komm schon hoch da. Ja, da war doch die Höhlen. Ich brauch Eisen, wo bringe. Ich hab Eisen gerade verbraucht. Drei Stück. Nee. Ich komm hier durch den Bernstein nicht durch. Mit der Steinspitzhack. Das dauert ja ewig. So, wo war jetzt hier der Höhleneingang nochmal? Ach, verdammt. Ja, warte. Oh, bist du schon weit Eisenärzt gefunden? Julia? Nö, nö, nö. Weil sonst würde ich gerne mitkommen. Nö, weit weg bin ich noch nicht. Aber ich find eh grad den Höhleneingang nicht. Das ist mein Problem. In welche Richtung bist du gelaufen? Richtung... Richtung dem kleinen... Enderhäuslein. Also relativ gegenüber von meinem Baugebiet. Okay. Schaufel. Nicht dabei. Am Wasser war das irgendwie. Boah, was hat mit Axt. Du wusstest aber ne Höhle, ne? Was? Du wusstest ne Höhle. Nee. Ich mich nicht erinnere. Hier ist ne Höhle. Aber ich glaub, hier sollten wir nicht bauen. Das ist ja weiter hinter dir. Ich weiß nicht, gehört das da auch noch zu? Das gibt's auch nicht. Da ist ein Enderman. Während des Tages. Du könntest die Enderperle gebrauchen. Also raus damit. Das sind so spezielle Endermänner hier. Wozu brauchst du denn eine Enderperle? Um mich zu töten? Nein. Oh, mir fällt grad ein. Ich sollte vielleicht doch nochmal kurz raus aus der Höhle hier. Ich sollte vielleicht schon mal das Zuckerrohr anlegen. Ich hab... Mein Problem ist bloß... Da ist der Baum. Das ist ein anderer Eingang. Aber nein, das ist nicht die Höhle. Ach, verdammt. Das gibt's doch nicht. Wie soll ich denn dann heute in der Folge irgendwie vorankommen, wenn ich jetzt schon zu blöd bin, den Höhleneingang wiederzufinden? Äh... Auch schade, ey. Dieser Regenbogenbaum, den würde ich gerne abbauen. Aber das geht ja leider nicht. Wieso geht das nicht? Weil das... Weil wenn hier einer baut, dann ist der Baum schon weg. Ach so. Also den kann man ja weiter rausziehen. Hier unten ist es zwar dunkel, aber egal. Obwohl, hier hinten gibt's noch mehr. Hier gibt's sogar noch Schafe. Ich werd wahnsinnig... Ich denke mal, ein bisschen Wolle kann man auch gebrauchen. Hat jemand Kohle von euch? Ich hab Kohle. Auch nicht. Ich hab Kohle. Du brauchst Kohle. Ich denke, ich bin jetzt so weit rausgelaufen, hinten wird eh nie jemand bauen. Viel zu weit weg. Erwartet das nicht. Und Trust in Betray war auch alles möglich. Da haben wir Leute gefunden, wo wir nie... Wo die wahrscheinlich gedacht hätten, ne, da finden die mich keiner oder so. Wobei, Krabs hat sich echt gut versteckt. Mhm. Krabs hat sich wirklich gut versteckt. Der wurde echt nicht wiedergefunden. Der war weg. Ja, und die Höhle hat sich auch gut versteckt. Ich geb's jetzt grad echt auf. Lobios, du meintest doch, du kennst noch ne Höhle. Ich bin hier grad... Hier sind überall Tiere, wo ich hier grad bin. Und Leuchtblumen. Ey, wie kommt denn hier Sonnenlicht rein? Ich hab Glück gehabt. Ich brauche ganz viel Leder von euch. Juhu, ich hab im linken Ohr nichts mehr. Jetzt ist es endgültig vorbei. Jetzt werd ich endgültig krank. Hm. Egal. Jolo! Ich grab mir jetzt selbst ne Höhle. Ich sag's dir ganz ehrlich. Das ist mir jetzt echt so doof. Hab ich mir auch grad. Ich hab ja grad Zeit. Joa, ich denk's mir auch gerade. Weil bis ich das jetzt wieder gefunden hab, hab ich mir selbst ne Höhle gebuddelt. Oh, die erinnern mich nicht. Wir dürfen die Zeit nicht verblubbern. Ja, ich hab die Uhr im Blick. Ich sag gleich, ich hab die Uhr. Okay, das ist gut. Was wär halt irgendwie... toll, wenn ich was hören würde. Ach so, der Stöpsel war bloß nicht richtig im Ohr. Ach. Alter Vater. Hier geht's aber heute los. Mhm. Heute Fade, ja. Schon mal die ersten Fails hier, ja. Aber gleich in der ersten Folge. So in der richtigen ersten Folge. Ach ja, und solltet ihr zufällig, ähm... Wie heißt denn das Gestein? Quarz? Ja. Solltet ihr das finden und ihr braucht das nicht? Immer her damit. Ich hab Quarz. Ich weiß, wo Quarz ist. Ja, ich weiß auch, wo es ist. Und in meiner Höhle. Ja, bei dem Sinne der Höhle ist auch welches. Da durft ihr's doch abbauen. Jetzt hat er's nicht mehr. Sandstein? Es gibt Sandstein unterirdisch. Was krieg ich hier raus? Ich krieg ganz viele Farben. Aus dem Baum krieg ich ganz viele Farben raus. Das ist nicht schlecht, Kant. Die werden auf alle Fälle gebraucht. Also Farben kann ich beispielsweise dann vom... Brauchen. Okay, super. Nein, nee, das war der Alten. Beim Alten hat man so viele Farben gebraucht. Beim Neuen, glaub ich, braucht man nur Rot. Weiß ich jetzt gar nicht mehr auswendig. Okay, wenn du Rot haben möchtest, Rot werd ich bestimmt auch kriegen können. Quarz? Eisen, oh, ich wollt grad sagen, ich krieg gleich ein Problem und finde Eisen. Oh, bin ich froh. Ich hab auch Eisen ein bisschen was gefunden. Ich hab jetzt sechs Blöcke hab ich da. Und es ist dunkel. Aber ich hab keine Kohle da, um's zu kochen. Ich auch nicht. Und ich hab jetzt grad ein richtiges Problem. Ich bin grad auf eine richtig fette Granitader gestoßen. Komm da mal mit einer Steinschaufel durch. Keine Chance. Doch, du kommst durch. Du hängst halt bloß ewig dran fest. So, ich geb uns jetzt noch 30 Sekunden, dann wird abmoderiert. Weil wir haben leider den Timer ja vergessen gehabt. Warte um, wie viele Minuten haben wir denn schon? 18 Minuten 30. Wow. Und bei 19 würde ich sagen, stopp. Echt? Ja. Boah, das geht ja schnell. Ja, hättest du nicht gedacht, wa? Ich komm nicht zurück, ich bin hier gerade gefangen. Schon wieder Nacht? Wird schwer. Ja, das geht hier ruckzuck. Zurück kommen muss ich aber nicht, oder? Nö, nö, du kannst auch außerhalb bleiben. Ja. Gut, bin ich tragisch. Dann bin ich hier gut oben. Feuerstein? Ein Feuerstein. Sehr gut. Ich hätte mal ein Feuerzeug bauen. Dann fackel ich die Schafe ab. Auch eine Möglichkeit würde ich sagen. Ja, um an Nichtmolde zu kommen. Hm. Also ich muss mir bis zum nächsten Mal dann auf alle Fälle auch nochmal die ganzen Sachen alle rausschreiben. Ja. Dass ich das beim nächsten Mal alles dann weiß. Ich hab das Textdokument auf diesem Monitor aufgeschrieben und hab's auch offen. Äh, super. Ist gut. Aber dafür hab ich auch wirklich lange dran gesessen. So. Und was läuft bei dir so viel Musik? Oh! Minecraft-Musik. Äh, jetzt ganz abruptes Ende. Bis zum nächsten Mal. Bleib sauber und ciao. Ciao. Haut rein, Leute. Schaut bei den anderen vorbei. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020